Ohne Impfung wird der Corona-Alltag ab diesem Montag für viele komplizierter und auch teurer. Denn Schnelltests, die Nicht-Geimpfte inzwischen häufig für den Zugang zu Restaurants oder Veranstaltungen brauchen, sind künftig nicht mehr einfach für alle gratis. Was ändert sich? Schnelltests durch geschultes Personal samt Ergebnisbescheinigung müssen jetzt in der Regel selbst gezahlt werden. Gratis bleiben sie noch für Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Für wen genau gibt es weiter kostenlose Tests? Kinder von 12 bis 17 Jahren und Schwangere können sich noch bis 31. Dezember mindestens einmal pro Woche gratis testen. Denn für sie gibt es erst seit kürzerer Zeit eine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission. Gratis-Tests bekommen generell weiter Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Ebenso Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder erst in den letzten drei Monaten vor dem Test zwölf geworden sind. Für sie gibt es noch keinen Impfstoff. Kostenlos bleiben die Tests unter anderem auch für Menschen, die zur Beendigung einer Quarantäne wegen einer Corona-Infektion einen Test brauchen. Was sollen Corona-Tests künftig kosten? Wie teuer Tests werden, wird sich erst noch zeigen. Zuletzt gingen Angebot und Nachfrage auch wegen immer mehr Impfungen zurück. Bisher bekommen Anbieter pro Schnelltest 11,50 Euro Vergütung. Für genauere PCR-Tests gibt es etwa 34 Euro. Die Bundesregierung weist darauf hin, dass Beschäftigte sich in ihren Firmen kostenlos testen lassen können.